hallo und herzlich willkommen meine damen und herren auf meinem youtube kanal ich bin gerade auf dem weg nach hamburg zu meinem kameramann dem steve und dann haben wir eine kleine studio tour geplant durch hamburg drei studios insgesamt wollen wir in hamburg und umgebung besuchen und dort trainingsvideos für euch abfilmen wir befinden uns immer noch im lockdown und wir befinden uns mitten in einem schnee unwetter ausgerechnet heute ist unwetterwarnung hier in deutschland und die a1 ist völlig zugeschneit ich eier hier gerade wirklich mit 50 km h hinter einem lkw hinterher und ich kann ihn nicht überholen weil an den seiten der schnee schon bis zu einem meter hoch liegt und eine pipi pause ist leider auch nicht drin denn ich habe auch schon mehrere autos gesehen die bei den auffahrten zu parkplätzen einfach stecken geblieben sind das heißt ich ziehe hier einfach durch und ich hoffe dass das hier nicht das letzte bildmaterial meines lebens wird sondern nur das intro zum eigentlichen video also viel spaß leute so watch me so watch me so watch me So, ich bin mittlerweile angekommen in Hamburg und ich bin hier im Formfit zum Hardcore-Beintraining, wie man sieht. Nein, ich mache mich gerade warm und wir haben hier ein wirklich super tolles Studio entdeckt. Das ist das älteste Studio in Hamburg und hier gibt es einen so geilen Gerätepark für die Beine, dass ich das, trotz dass ich seit drei Monaten die Beine nicht in einem Studio trainieren konnte, jetzt in Kauf nehmen werde, dass ich wahrscheinlich eine Woche Muskelkater bekomme, um euch einfach hier mal zu zeigen, was es hier für schöne Oldschool-Geräte gibt. So, ich starte mein Beintraining generell schon seit langen Zeiten mit dem Beinbeuger, denn bei mir ist der Quadrizeps sehr dominant und auch jetzt im Lockdown muss ich sagen, kriege ich mein Quadrizeps besser aufgepumpt als die Beuger und deswegen nutze ich natürlich jetzt auch diese Trainingseinheit, um da ein bisschen dem hinterherhinkenden Beuger ein bisschen einen Reiz zu setzen und da kann ich sehr empfehlen, wenn ihr auch den Beuger als Schwäche habt, schön erstmal Beinkurz machen, bevor ihr irgendeine drückende Bewegung macht, um einfach den Fokus darauf zu setzen. So, jetzt habe ich die Beinbeuger schon ein bisschen müde gemacht, ich merke es auch schon, jetzt kommt erstmal eine schöne drückende Übung. Ich muss sagen, ich mache zurzeit keine Kniebeugen, weil das meinen Knien auch einfach nicht gut tut und ich zum Glück das nicht unbedingt brauche, weil die Beine doch relativ eine Stärke sind. Ich konzentriere mich da eher auf verschiedene Beinpressen. Hier haben wir eine Riesenauswahl, aber ich habe mich auf jeden Fall erstmal dafür entschieden, eine vertikale Beinpresse, das ist was ganz Besonderes, das gibt es nicht oft. Man liegt hier, drückt nach oben und kann nicht vom Sitz abheben, wie das jetzt bei 45 Grad Beinpressen oft das Problem ist. Ich brauche natürlich auch noch ein bisschen Gewicht. Hey, I ain't never given up, said I never give up. I got this, then I got it, and we'll knock when I'm on it, and we'll rock it, got the block, little toxic, bitten logic, make a nauseous, ornish, and I stopped it, never cautious. Sehr schönes Gerät, ich brauche mehr Gericht. Grüne Scheiben, die sind gleich von 50 Kilo. Ja, das ist das. Grüne Scheiben, die sind gleich von 50 Kilo. Grüne Scheiben, die sind gleich von 50 Kilo. Ich bin in und in und in in out the studio, like a student, working on a moving job, do it, cause I'm in the zone, and you know that I'm ready for the shows. I don't know, but I'm waiting till I'm chose. All these people wanna know what you think of, do you really love me, or do you really hate me, wanna scale one to ten, but would you grade me on the social media, that's something different than a home workout with Gummibändern. I'm really not used to it during the lockdown. Also, vertikale Beinpresse, die haut halt schon ganz schön rein. Das Fiese ist, wenn du da ordentlich Gewicht drauf lädst, hast du halt immer so ein bisschen das Gefühl, dass, wenn du versagst, dass du stürbst. Dass das Gewicht dich einfach auf dem Gerät zerquetscht. Aber ist super. Vor allem mit der Vorermüdung im Beinbeuger, wenn man hier die Fußstellung relativ weit nach vorne stellt, dann spürt man das halt richtig gut in der Hinterseite. Also, ich spür das überall. Vom Arsch bis in den Quadrizeps. Also, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, mit einer vertikalen Beinpresse zu trainieren, finde ich um Welten besser als horizontale Beinpressen. Wichtig hier, weil wir wirklich brauchen so, und das muss mich halt immer so ein bisschen austesten. Guck mal, so ein Ding im Wohnzimmer, da könnt ich schon viel besser bei dir trainieren. Das Ganze machen wir jetzt gleich noch andersrum. Da hat man so ein bisschen den Schwerpunkt verlagert. Ich muss sagen, ich spüre eigentlich jede Beinübung extrem gut im Quadrizeps. Aber grundsätzlich bei der Fußstellung von gerade spürt man halt mehr die Hinterseite. Die spüre ich auch sehr gut. Bei Beinen habe ich zum Glück gar keine Probleme. Aber wenn ihr mehr den Schwerpunkt auf den Strecker legen wollt, dann sind Frontkniebeugen immer sehr gut. Und die an der Langkantel freizumachen, ist mit der Oberarm- oder beziehungsweise Unterarmmobilität nicht für jeden geeignet. Und da ist das hier eine super Alternative. Ich muss sagen, das ist echt eine geile Gelegenheit, für so einen Videodreh in so einem coolen Studio zu trainieren. Aber ich habe auch bei jedem, und man muss sagen, die einzigen Trainings, die ich in einem Studio mache, sind wirklich die YouTube-Drehs. Alles andere mache ich zu Hause zurzeit. So wie die meisten, die hier zuschauen auch. Und ich muss sagen, man freut sich auf so ein Training. Aber ich habe bei keinem Training so das richtige Gefühl, dass man wieder so in diesem Modus ist. Irgendwie das Muskelgefühl, der Pump. Das ist alles nicht wie vor dem Lockdown. Aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man mal eine Woche krank war, eine Woche Zwangspause hatte und dann wiederkommt. Dann ist das oft so, man hat richtig Bock. Aber die ersten Trainings sind meistens gar nicht so geil, wie man denkt. Das habe ich hier jetzt auch. Also nicht, dass das Training nicht geil ist, aber das Gefühl ist einfach nicht dasselbe. Man ist irgendwie einfach raus. Drei, vier Monate Lockdown. Das geht nicht spurlos am Körper vorbei leider. So, ich gehe im Training immer ein bisschen nach Körpergefühl. Ich hatte jetzt gerade einfach das Gefühl, dass doch der Quadrizeps wieder übernommen hat im Beintraining. Deswegen habe ich jetzt einfach nochmal eine zweite Beinkurlvariante angehangen. Heute stehende und liegende Beinkurls. Was auch sehr zu empfehlen ist, dass man liegend und sitzend kombiniert. Weil gerade das Sitzen ist einfach nochmal ein anderer Winkel. Aber heute gehe ich so ein bisschen Just-Pro-Fan. Da habe ich noch mehr Bock auf so einen schönen alten Beinbeuger. So, wir haben heute schon Angst, dass ich noch nicht so ein paar Beteiligen sichere. Und jetzt spiel mir das. Aber das ist nur ein Mal. Echt? So, hier bin ich richtig. Das hier, Adduktor, Abduktor, das sind keine Übungen, nur für die Ladies, sondern das ist wirklich was, Adduktor kann ich den Männern auch empfehlen, die dicke Schenkel wollen, denn der Adduktor ist ein Riesenteil des Muskels und alle sind immer am Beugen, aber vergessen die Innenseite und ich kann euch sagen, wenn ihr mal richtig definiert und entwässert seid, wenn das euer Wunsch ist und ihr habt den Adduktor nicht trainiert, dann ist nichts mehr da, dann habt ihr hier ein Riesenloch, habe ich auch bei meiner ersten Wettkampfvorbereitung bemerkt, deswegen habe ich angefangen, die Adduktoren ernst zu nehmen und da auch Masse aufzubauen und der Abduktor natürlich sehr bei Frauen beliebt, aber auch Männern schadet ein guter Hintern nicht. Zum Abschluss, letzte Übung für heute, mache ich noch ein bisschen Waden, denn die haben in meinem Lockdown auch ein bisschen an Volumen eingebüßt und ich kann euch empfehlen, wenn, für alle Leute, die sagen, sie haben genetisch schwache Waden, trainiert die nicht nur nach dem Beintraining, nach dem Beintraining seid ihr kaputt, da ist nicht mehr so viel Energie da, gebt ein bisschen mehr Gas beim Wadentraining, trainiert die vor einer Muskelgruppe wie Arme, Schulter oder so und trainiert die mehrmals die Woche, nicht nur einmal. Das war's. Das war's. Das war's. Ich bin in und aus der Studio, wie ein Student, wo, ich bin in und aus der Sendung, wo, So, das war mein Beintraining hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde auf jeden Fall die nächsten Tage leiden. Und bevor ich jetzt hier die Treppen hochrumpel, wollte ich noch sagen, ich habe auch noch ein fettes Gewinnspiel für euch von meinem Sponsor Legal Power. Gewinnspielbedingungen, die werden alle eingeblendet, ebenfalls der Gewinn. Ihr wisst Bescheid, wenn euch das Video gefallen hat, gerne liken, teilen, euren Freunden Bescheid sagen, Oma, Opa, alle, die davon profitieren können. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Bis dann. Vielen Dank.